Deswegen gehe ich auch nicht mehr hin zu sowas. Moment, hallo? Nein, ich kann jetzt nicht, ich nehme gerade meinen neuen Kanal-Dreller auf. Ja, ok, passt. Ciao. Jo, willkommen bei Nenny Gaming mit Nebu. Und da sind wir schon beim neuen Kanal-Dreller, denn Nenny Gaming geht in die nächste Runde. Jo, was heißt denn die nächste Runde? Ganz einfach, es ist einfach Zeit geworden für große Veränderungen, wo einfach alles neu wird. Und ja, angefangen ist das Ganze einfach damit, dass ich viele Let's Plays gemacht habe. Und auch ständig in diese Let's Plays, wie soll ich sagen, Ablenkungen drinnen waren, so wie Telefonate, WhatsApp, deswegen gehe ich auch nicht mehr hin zu sowas. Moment, hallo? Ja, nein, ich kann jetzt nicht, ich nehme gerade meinen neuen Kanal-Dreller auf. Ja, ok, passt. Ciao. Ja, wo war ich? Ja, genau, keine Ablenkungen mehr durch ein Handy oder irgendwas. Ja, also das ist einmal auf jeden Fall ganz neu. Dann reden wir natürlich von einer besseren Qualität, weil ich einfach ein gescheiteres Equip habe jetzt mittlerweile. Und ich möchte in meine ganzen Videos mehr Informationen reinpacken, ja. Das ist eine ganz interessante Geschichte, ja. Was ich auf jeden Fall auch noch machen möchte, das, was ich in der Vergangenheit schon gemacht habe, mit meinen ganzen YouTube-Partnern, mit Mahandy, mit Ricky Dicky, mit Henry, ja. Dass man da einfach viele Partnerprojekte hochzieht. Was auch neu kommen wird, sind Video, also Video, einfach Blogs einfach, ja. Da kennt man ja, ne. Dann natürlicherweise Game-Analysen und natürlicherweise auch Let's Plays. Wie das Ganze dann gestaltet wird, in was für einem Zeitrahmen ich Sachen hochladen werde, da werde ich jetzt nichts sagen, weil ich könnte jetzt sagen, regelmäßig, aber das ist ja ein Begriff, der für jeden anders ist, ja. Weil das ist ja nur, dass ich mäßig Regeln betreibe, ne. Sagen wir es einmal so. Also von daher, ich werde da auf jeden Fall noch einen kleinen Mittelweg finden, wann ich was hoch stelle und das lasse ich euch auf jeden Fall wissen. Ja, und jetzt einfach einmal viel Spaß ohne Ablenkung auf meinem Kanal. Bis dann, ciao.